ja komm so extrem muss man es auch nicht machen denn es ist vielleicht viel zu ernst ich meine man will auch privat zocken oder das ist für mich das private zocken ich meine wann zock ich das sonst privat als sonst nur leu mit marius oder so also ich so ganz schön oft privat also nicht so oft jetzt naja was soll ich groß privat ja stimmt auch ich hab da nicht so aber ich glaube jetzt also in nächster zeit werde ich dann doch mal eine zeit die ich zum zocken habe auch nutzen weil die sich in nächster zeit ein bisschen verringern wird meiner von euch karotten oder so denn ja auch und hast du auch kartoffeln ja ich hoffe dass es das dorf hat weil es andere dorf eher hat es andere dorf hatte nichts das ist inkompetent mir fällt gerade aus ich könnte schon mal obsidian farmen gehen warum zu euch wird wahrscheinlich der erste sein der einen hat vermute ich jetzt mal ich habe kein leder das leder habe ich dafür schon das obsidian hole ich gerade und da ist gerade angepflanzt weil du gerade weil du schon alle kühe getötet hast so in der umgebung jubb und ich habe die so weit durchgelassen irgendwo ja super irgendwo in der nähe irgendwo da ich suche dann und so etwas können auch nicht wo es gemacht hat zu keine andeutung sein Ich den Park für meine Kühe und versuche die irgendwie aufzuteilen oder rauszukriegen Oh fuck man, heute wird es eine große Arbeit, heute Abend die ganze Zeit rendern, dann aufnehmen und dann bin ich kurz weg Ich bring die Kartoffeln gleich vorbei und die Karotten Ja Alex, bitte in die Kiste, wenn die nicht schon voll ist Ja, einfach in die Kiste, genau Weil ich bin grad Rohstoffe sammeln So aufmerke ich mich mal, vielleicht kann man hier handeln Ich hätte einen Eimer mitnehmen sollen Oh fuck Ich suche jetzt einfach Obsidian Oh die können wir mal wieder nehmen Den Ton von meinen Kopf wieder ein bisschen lauter machen Auf dem Server, den wir machen, da hätten wir sogar Rechte dazu Hier Ränge für Geld einzurichten und das Geld zu behalten, aber sonst machen wir nicht Ich schasse sowas Wir könnten das ja auch nach Spielstunden machen, oder? Ich kenne einen Server, wo man irgendwie jede paar Sekunden irgendwie 0,01 Geld gutgeschrieben bekommt Ach, Jan ist da, Jan, bei dir in der Nähe, wirklich, hier sind auch noch andere Kühe Sag ich doch Ganz so griffig doch Ja, geht schon Aber von Tom hört man wirklich gar nichts mehr, fällt mir grad aufs Wenn man's so nimmt, hört man auch von dir nischt, oder nicht von Sascha? Ähm, was hören wir denn grade? Er meint jetzt so, dass wir uns untereinander kommunizieren Nein, ich meine jetzt allgemein jetzt irgendwie Aufnahmen oder sowas Ja, naja, äh, das definiere ich eher so, dass ich's nicht von dir gesagt bekomme, weil erzählen kann jeder ja viel Sondern eher so, dass ich's sehe, in Form von, dass es hochgeladen ist Ich bin grad dabei, das ist schon mal etwas Ja, ich rede jetzt noch mal in die Küste Ja, ich rede jetzt von Singleplayer Ja, auf jeden Fall, ähm, ich würd dann sagen, wir löschen einfach seine Let's Plays Weil zum Beispiel GTA San Andreas könnte ich denn machen und so kein Bock da zu machen, wo er jetzt ist und so weiter Hatte er noch mal für LPs Far Cry 2 und GTA San Andreas Könnte ich beide machen denn Ja, ich probier mal bei Steam gucken, ob's da auch Far Cry gibt Aber ich glaub, er ist da der Experte drin, oder? Ich hab Far Cry 3 gezockt, ob man das Experte nennen kann Naja, wenigstens hast du schon mal Far Cry 3 gezockt, würd ich's so sagen Ja Also ich ruf mir jetzt auch vier Leute wieder, ne? Ja Ja Ja, weil Ja, weil Ja, aber Da ist mein Problem noch Das mit dem Passwort Können wir ändern Ja, weil Tom, dass er jetzt weiß, und wenn er sich aufregt Oh, habt ihr mich einfach rausgenommen, oder so? Ich glaub nicht, dass er sich aufregen wird, oder so Ja, der freut sich sogar Ich glaub bei ihm Aber trotzdem, wenn ich drin ist, musst du nicht wissen, hast du recht Bei ihm war's einfach so wie Oh, let's play's? Oh geil, dann mach ich mit und dann Oh, hat ja keine Zuschauer, macht keinen Spaß, tschüss Genau Ah, toll Ah, toll Ich pack sie einfach hier in die Kiste, in dem Hauptort Dann würd ich sagen, machen wir das gleich, wenn wir fertig sind Ich hab's dir in die Kiste gelegt manchmal Okay Hab auch schon ne Idee für das neue Passwort Da hab ich nicht runter Äh, nennen wir's Schabos wissen, wer der Analritter ist, oder so ein Scheiß Genau Schabos wissen, wer ganz Mutter fickt, oder so Ja Gute Idee, Max Warum ist Midi nicht gekommen? Das Geräusch war nicht wirklich angenehm Was? Das Geräusch war nicht angenehm, Max Was war angenehm? Das Geräusch war nicht angenehm Ach so Ist doch da gerade mit deinem Headset gemacht Das Mikrofon, wie auch immer Ach so Ach so Nee, nicht schön Und schön Was hat Pascal rausgehauen, letztens äh Er kommt immer Nee, ähm Ich bin eh wieder so ein Wock mit unten, was? Ja Ähh Unkompetent Keine Ahnung mehr Hab ich auch schon vergessen Da frag ich noch mal nach, wer war denn dabei? Wer muss man jetzt nicht sagen Doch, Vornamen werden jetzt hier die Vornamen Am besten beide Namen, Vorn-Nachname Nein Also Selina war dabei Ich meine, erklär mir doch den Ton im Headset-Halle So als würde hier noch jemand sprechen, so ganz leise Wenn du nicht kompetent bist Deine zweite Persönlichkeit Was mit Essen Was hast du gerade gesagt? Was mit Essen? Hallo Pascal Warst du mal bei einem Psychologen oder so? So So, so Tschüss Ist er noch da? Ja 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 Eine Güte So Dann denke ich schon, was ist über 1.6 im Wiki? Äh Keine Ahnung Oh, ich kann gerade mal nachgucken Nein Wir sind gerade in der Aufnahme Ja, du nimmst auf also Du kannst aber nach nachgucken Pascal Interessiert jetzt sowieso niemanden Ja Ähm Nein Nein Nichts Neues Nö Nein, ist alles So wie immer Ja Wie ein Radio So Also das geilste ist immer noch Wie ich finde An dem Update Die Zombies Die vom Himmel fallen Dann die Dass in der Wüste kein Wasser mehr generiert wird Außer in den Brunnen Und der Kohleblock Das sind so im Moment meine Favoriten In dem Update In dem Update Zum Wissen Danke lustig Achja Fliegende Zum Wissen Du Zähn Und Was Tuck Lade Du Du Wiss Du Du Man dauert es lange bis Zuckerrohr wächst. Stehst du jetzt davor und wartest oder was? Nein, ich laufe immer vorbei. Ja, super. Aber ich bin immer in der Nähe. Kannst du jetzt für über eine Stunde aufnehmen? Ja, machen wir. Ja, ich habe keine Ahnung wie lange. Das ist gut. Eine Frage lassen wir es jetzt in der Aufnahme einfach drin oder? Keine Ahnung. Ich habe es nicht gefunden, weil ich zu faul war. Ja, insofern. Er würde es sowieso nicht finden. Wenn es einen gibt. Naja, John würde es eh nicht finden. Du weißt mal ganz schön. Ach komm, lassen wir es einfach drin. YOLO, denke ich mir einfach mal. So, jetzt mache ich mir den Wassereimer voll. Und dann hole ich mir wirklich Obsidian. Ja. Hat der noch Zuckerrohr? Ja. Nö. Kann ich es dann nachher haben? Ich hole es mir auch ab. Ich bin zu dir verzorgen. Das ist ein Scherz. Hier ist ein Höhlenabschnitt, in dem es an jeder zweiten Ecke Gold ist. Das bräuchte ich. Das hätten wir gebraucht in einer Season. Warum? Da haben wir doch genug Gold eigentlich. Noch einer. Nicht mehr. Jetzt ist alles verbraucht und ihr habt wenig Leben. Ihr müsst noch mal hart fahren gehen. Ich habe wenig Leben. Ah ah. Ja, als volles Leben. Ja, als volles Leben.